Ein herzliches Willkommen zurück zu Blaketail Requiem. Die Schmugglerin, zu der wir wollen, ist nicht mehr weit entfernt. Bin ich gerade ein bisschen am Überlegen? Hier ist doch was. Das habe ich vorne nicht gesehen, bevor wir da rüber gehen. Oh ne, ist das vielleicht der Weg dahin? Warte mal. Achso, es könnte sein, dass ich hier gar nicht wiederkomme, oder? Wir schauen noch mal kurz, ob hier irgendwas ist. Oh. Kann ich hier schon, glaube ich, hin? Noch kurz. Ja. Ja, ich weiß wie, ich kann ja da, äh... Was war für ein Verstärker? Teer, gell? Ja, Teer reinwerfen und dann passiert da was aus. Können wir hier ruhig mal nach oben gucken? Ich weiß, dass es so schön ist. Ähnlich. Was ist das? Hm, das Boot fährt nirgendwo mehr hin. Oh, da stand der Name. Ich kann ihn nicht mehr lesen. Ja, der Rumpf hat auf seinen Reisen viel Sand und Felsen gefressen. Oh je, es ist schlimm, seinen Namen zu verlieren. Wir taufen es neu. Darf ich? Klar, warum nicht? Das hat es sich verdient. Ich nenne es die Unsterbliche. So sieht es auch aus, ja. Tja, tot ist erst, wer komplett unter der Erde liegt. Dann bekommt es seine wohlverdiente Ruhe. Kommt. Mal ganz ehrlich, irgendwie finde ich ihn doch sympathisch. Ich habe zwar immer noch Schiss, dass er uns verraten wird. Auf übelste Weise, aber irgendwie ist er schon nett geblieben. So, also, dann werden wir hier rübergehen und dann Teer reinwerfen. Und in der Hoffnung, wir machen dann Platz. Alles. Na, 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 weg. So, ja. So, schnell, schnell, schnell. Äh, wie viele Schmuggler gibt es hier denn? Ein paar. Abschaum, den sie auf dem Mittelmeer zusammengesammelt hat. Sophia ist ihr Leuchtturm in der Dunkelheit. Eine heilige. Ach ja? Eine heilige? Oh nein. Ja, nervt mich nicht. Warte mal. Ich könnte mal hier was reinwerfen. Und mich nervt. Was passiert, wenn ich hier durchlatsche? Oh, nichts Gutes. Das ist schon nervig. Schnell rüber. Zack. Zack. Brennt es ewig? Wahrscheinlich ist es nicht schnell. Ne, brennt nicht ewig. Oh, sie kann nicht hoch, sehe ich gerade. Ne, ich kann hier nicht hoch. Ich muss sie wahrscheinlich hoch. Aber, dass wir nochmal überlegen müssen. Ich habe hier da relativ viel. Ich kaufe da nochmal was rein. Warte mal. Das wird mir nicht hin. Hey, komm mit hoch. Schon dabei. Ich glaube, ich zueinander. Ihr seid übel, aber mich guckt ihr nicht. Oh, das ist ein großes Boot. Hey, irgendwelche Spuren gefunden? Psst. Nichts. Sicher, dass hier bei den ganzen Ratten immer noch Leute sind? Bleibt unten. Soldaten. Sieh dich um. Das ist ein verdammter Irrgarten. Hör mal. Wenn wir ein paar tote Schmuggler zurückbringen, verleiht uns der Graf in Orden. Ja, Soldaten. Ich kümmere mich drum. Nein, lass mich. Vertraust mir immer noch nicht was. Na los, ich schau zu. Was passiert, wenn ich jetzt hier hinspringe? Hab ich nicht? Habt her, ich Idiot. Ihr wollt mich fressen? Kommt mir nicht so nah, hört ihr? Vergessen wir das Ganze. So kann ich dieses Ding nicht erzählen. Hä? Ist das nicht das gewesen? Aber kriegst du besser hin? Ja, jetzt gucken wir mal, was hier so schönes ist. Nee, nicht verwerten. Mach nur. Angemehne Schüsse. Oh, 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 oh. Los, hoch da. Ich versuch's. Ach, hier ist das Andress. Oh, nee. Warte mal. Den Knall mal jetzt aber hier mit. Oh Gott. Was machst du denn? Was war denn das jetzt für eine blöde Aktion? Zwei Pfeile einfach so verschossen. Bei zwei Bolzen, weiß ich was ja. Ärgerlich. Ich zeig dir gern mal, wie ich das mache. Das ist kein Wettbewerb. Nein, aber es könnte notwendig sein. Ja, da hat er schon wieder bewegt. Ich will auch. Ja, eigentlich kannst du nicht einkommen. Mit Leid. Was ist denn das da? Ich ziehe mal mein Drückmodell. Zack. Dann ist das hier ein, das wir hier drin haben, oder? Hier ist schon nass, aber geht zurück. Zurück, zurück, zurück. Das ist so gut, genau. Das ist alles möglich. Ich glaube, da hat er sich schon geöffnet. So, bitte, schnell an. Ah, das ist ein Scheiß. Ah, ja, nervt mich. Schnell, hoch. Verstanden. Okay. Hoch, jetzt. Warte, die Türpamot, was ist das? Was ist das? Wieso kommen wir nicht die Ratten hier? Ja, wohin? Die Türpamot. Ich bin nicht... Oh. Was ist das? Ich weiß, dass die Türpamot, dass die Türpamot, dass die Türpamot dann nicht wieder Die habe ich nicht gesehen. Wo kamen die jetzt her, die Arschis? Nehmt es. So, Wasser mal wieder. Ich finde was. Die sind auf Schmugglerjagd, trotz der Ratten. Wie gesagt, der Graf hat wohl die Provence zu säubern. So ein Irrsinn. Echt Irrsinn. Oh, gut. Lecker Zeug. Hey. Wo habe ich hier noch was, was ich bisher hatte, was ich nicht gesehen habe? Gut, dann kann ich hier in einer Brugel. Immer hier noch. Brugel habe ich ja. Und hier schnell rein. Muss ich nochmal nach oben. Jetzt holen wir uns noch kurz das hier. Das einstecken. Eins. Jetzt holen wir uns noch kurz das hier. So. Warum habe ich... Achso. Mach mal so. Nervt mich nicht, die blöden Viecher, ja? Gut. Nehmen wir das wieder mit. Okay. Also, wer wirklich schon richtig ist für Heilige Jäger, wenn ich die sind. Reis Sophia hat den Drachenkopf, weil sie Feuer spuckt. Ihr Boot heißt Laraskas. Das ist eine Fischrad hier mit Gift und Stacheln. Ah, verdammte Ratten. Komm hoch. Komm einfach hoch. Hast mich gerettet. Ja, das weiß ich. Könnte... Warte, vor allem. Das machen könnte ich hier. Ich wüsste aber nicht. Echt penetreit. Möglich, wa? Ich hab doch nie mit dem Zeug. Mal ganz ehrlich. Hier. So. Dann mach ich nämlich folgendes. Dann hier mal... hier rein. Dann mach ich den hier. Ist euch... Komm, komm, komm. Gut. Ich hoffe, Sophia ist noch hier. Was? Warum sollte sie weg sein? Oh, sie ist etwas... Unberechenbar. Nein, nein. Sie muss sicher sein. Dann machen wir dasselbe, oder? Ihr Mistviecher scheint mich zu müssen. Oh. Jetzt ist es vorsichtig. Nein. 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 Kann man hier rein. Ich muss hier wieder... Wolzen hab ich... Ein bisschen aufpassen, der kommt gleich. Jetzt sind wir uns was... Das ist super. Oder ich mach einfach hier nochmal den. Komplex wird's auf einmal abgehen. Alles gleich. Oh! Nein! Zu mir! Ganz langsam. Ich geb mein... Ja. Wir sind hier. Und wenn sie in Rache ist... Ach, wird schon alles gut. Hier entlang? Ja. Ein diskreter Weg für diskrete Leute. Hä? Noch nicht durch. Ich möchte nochmal zurück. Wollten wir mal gucken, ob es da in der Insel irgendwas gibt. Wasser! Das Versteck ist gleich da hinten. Nein! Nein! Ich hab Angst vor den Wellen. Ach, es ist nur ein bisschen mehr Wasser. Ja, bleibt gut. Siehst du? Sie hat recht. Aber es ist tief! Ich bin müde. Denk einfach an deine Insel. Aber da sind Wellen. Wir sind fast da. Streitet euch später weiter. Du auch noch. Ich nehm dich allein. Ich hab Angst. Ich trag dich und damit ist Schluss. Na schön. Gut. Ah, na bitte. Ist dir das hoch genug? Haha, siehst du, das Wasser berührt dich nicht mal. Ja. Tja, sicher nicht immer leicht, wenn man so klein ist wie du. Kommt auf den Tag an. Und? Hast du noch Angst? Nein. Jetzt weißt du, warum er mich den Wall nennt. Weil du wie eine Burg bist? Genau. An mir kommt nichts vorbei. Und dein Schild sieht auch wie ein Wall aus. Wie geht's dir da hinten? Alles gut. Jetzt, wo er sich beruhigt hat. Ich mag den. Bitte sehwert mich in Arsch. Danke, Anu. Ja. Danke. Also dann auf zum Drachenkopf. Na? Was geht das nicht? Ne? Hallo. Ich weiß, du führst gern. Aber ich werde vorgehen. Also dann, bitte sehr. Ich bin es verdammt. Lass ihn durch. Ich bin es verdammt. Lass ihn durch. Anu. Selbst die aasfressenden Ratten mögen dich nicht. Ich hatte Hilfe. Tja, sieh an. Ich mag die neue Crew. Ist cool. Da sind Amicia und Ugo. Der Bruder hat Potential. Die Schwester? Muss noch gezähmt werden. Oh ne, oder? Trau dich nur. Tja. Ich sehe, du hast sie bereits gezeichnet. Keine Sorge, Liebes. Es steht dir. Was willst du? Dein Boot. Wir müssen nach Lacuna. Bitte stell keine Fragen. Es ist vorbei, Anu. Die Armee des Grafen hängt uns im Nacken. Und tausende Ratten scheißen mir vor die Tür. Dieser Ort ist Geschichte. Die Crew wird aufgelöst. Dann komm mit uns. Du bist mir was schuldig. Ja, warum nicht? Der Ruf der See. Ich gönne mir ne Pause. Was soll's. Allerdings. Was? Wenn du sie auch nur noch einmal anfasst, töte ich dich. Hahaha. Gut. Übrigens. Des Grafens Armee hat mein Boot trocken gelegt. Oh, der Ruf der See, ja. Nie war er lauter. Ich muss mit meiner Crew reden. Geht ins Dorf. Dort findet ihr mein Boot. Ich werde nachkommen. Ja. Geht wir. So. Du lässt einfach alles liegen und ziehst mal wieder los? Diesmal ist es wohl endgültig. Sicher. Bis du wieder da bist, werden wir uns besorfen. So wie immer. Ja, und dann sind wir mal am Ende der Folge wieder angelangt. Es hat Spaß gemacht. Es geht jetzt so langsam, glaube ich, Richtung Ende. Ich sag herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.